Herzlich Willkommen hier im Kunstsalon. Aber kann man nur sagen, alle Jansbieder kommen die Kampagne. Holt in den Kunstsalon wieder, damit der Pucki holt. Meine Damen und Herren, seit 1964 sind wir zusammen. Ali und ich haben die Welt begründet im Kietob-Salud auf der Zürcher Straße im Sommer 64. Und wir sind also viereinhalb Jahre länger auf der Kölner Szene als die Blickfüße. Die feiern da im 40. Jahrhundert. Kurz für Musiker, Kalle Hoffmeister, der echte kölnische Jungen, Armin Schwarzjoy. Auf heute mal was, Herr Paul D. Ulrich. Ansonsten hier hören wir nachher Herrn Christoph Oeser aus Möpferde. Wir haben eine hervorragende Solisten-Mobie-Kampagne. Es war immer ein stiller Wunschraum, einen solchen Musiker in meiner Band zu haben. Und seit Sommer 64 ist es nun der Fall. Der För aus Möpferde Sauerland liegt heute in Düsseldorf. Er ist nicht nur in Großbritannien wie ich das ist, sondern er managt die Band auch. An die Gitarre vom Manager, Herr Albrecht Claudi Düsseldorf. Ja, an und abzahlen, ab und zu auch ein bisschen Klavier, Leo von Klobensdorf. Die Böden-Kampagne. Ja, an und ab und zu auch ein bisschen Klavier, Leo von Klobensdorf. Ja, an und ab und zu auch ein bisschen Klavier, Leo von Klobensdorf. Ja, an und ab und zu auch ein bisschen Klavier, Leo von Klobensdorf. Ja, an und ab und zu auch ein bisschen Klavier, Leo von Klobensdorf. Ja, an und ab und zu auch ein bisschen Klavier, Leo von Klobensdorf. Ja, an und ab und zu auch ein bisschen Klavier, Leo von Klobensdorf. Ja, an und ab und zu auch ein bisschen Klavier, Leo von Klobensdorf. Ja, an und ab und zu auch ein bisschen Klavier, Leo von Klobensdorf. Ja, an und ab und zu auch ein bisschen Klavier, Leo von Klobensdorf. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.